Hallo und willkommen bei dem WoW-Guide. Wie bandt man andere Spieler im WoW? Ja! Dank Blizzard ist es ganz einfach, ne? Anarchie herrscht in WoW und heute lassen wir das mal raus. Ich hab 18 Probeaccounts erstellt. Boah, das war anstrengend mit 18 E-Mail-Adressen. Ich hab ein Skript geschrieben und jedes Mal, wenn ich hier einen melde, melden 18 andere Accounts den auch. Und jeder, der nicht Handel im Handelschannel betreibt, der wird heute mal bestraft. Was nebenbei eine absolute Frechheit ist. Der Handelschannel ist zum Handeln da. Genau, der Handelschannel ist zum Handeln da und das musste ich ja auch erleben mit meinem 7-Tage-Band. Und deswegen zeigen wir heute mal den Leuten, ein bisschen Züchtigung muss hierher in den Handel. Wirklich? Hier, also, der Tarakesu schreibt, Server wieder am lecken. Nur Kommentarstrategie, wie in China. Server wieder am lecken. Ja, was gehört denn das in den Handelschannel rein? Die Server wieder am lecken? Ne, weg. Spam, Spam. Was machen wir denn? Spam oder Textshit? Spam, Spam. Machen wir Spam oder Textshit? Ich mach Textshit. Ist doch egal, Blizzard tut doch so oder so automatisch. Ja, 20 Accounts hier nach Robi. Warte, ich muss nochmal kurz umloggen. Was schreibt der denn hier nach Robi durch eine Quest? Was soll das denn? Hier, was soll das denn bitte? Tag, 20 Accounts. Melden den jetzt. Textshit gehört gar nicht hier rein. Genau. Aber Blizzard mag das ja. Die bedanken sich ja bei jedem Meldung. Ja, vielen Dank für Ihre Meldung. Die wollen das ja. 1, 2, Polizei, 3, 4, der Band gehört dir. Ja, so sieht es aus. Der größte Held in diesem Land ist der Denunziator. Ja, und so machen wir es heute. Das ist Blizzard-Motto. Ja, wir, Blizzard baut Mitarbeiter ab. Haben wir doch nicht alles gelernt durch Corona. Blizzard kündigt Mitarbeiter. Ja, also, so ein offenes Ticket wird gar nicht bearbeitet. Also, der 7-Tage-Bann, nach 10 Tagen wird vielleicht das Hinget mal bearbeitet. Aber deswegen sind wir ja da. Ist das Experimentieren beim Alchi-Buggy? Ist das Handel? Borgs, ist das Handel? Wir müssen den Spieler leider melden. 1, 2, Polizei, 3, 4, der Band gehört dir. Ja, dann machen wir das. Dann machen wir. Anschließende Nachrichten. Nee, das geht nicht. Leute, wir müssen den Handels-Channel sauber halten. Es gibt aber auch weiße Schafe. Der Keltrix. Juwe Online für Elemental-Larion-Biscomy-Mads vorhanden. Sehr gut. Kann man da einen Daumen hoch geben, Borgs? Ich weiß es nicht. Nee, das will Blizzard nicht. Blizzard will ja nur, dass man denunziert und andere Leute schlecht macht und bannt und so. Deswegen glaube ich, dass man das nicht machen kann. Also, ich wüsste bei ihm mal, dass er das gut gemacht hat. Also, liebe Leute, wir werden jetzt weiter ein, zwei Polizei spielen mit unseren 20 Accounts. Die Leute müssen mal gebannt werden hier zu TrankFlight. Es gehört Ordnung in den Handels-Channel. Ordnung! So sieht's aus. Macht's gut. Tschüss und bye-bye. Und macht dasselbe. Denunziantentum ist ganz toll. Tschüss und bye-bye. Vielen Dank für Ihre Meldung. Blizzard bedankt sich.